Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Die Bibliothek der Bibliothek Christus Christus Wir haben die Pläneinings und die andere mit dem Dosen, die wir hierher sind. Und die Grundlage der Verkaufung von diesem Programm mit den Verkaufungen zu beantreffen, ist, dass wir die Kinder und Kinder und Kinderinnen und Kinder haben, die wir uns im Leben haben, dass wir uns das Recht haben. Das bedeutet, dass die Anadäres, die wir uns verabschieden, die wir verabschieden haben, den Society zu verabschieden. Die Gebäude sind sehr geplant. Wir haben eine solche Brücke, die in den Mitgliedern stehen. Wir sind die Menschen, die in den Mitgliedern stehen. Wir sollten ein Dokumenten einverstanden sein. Wir machen die Geschichte sehr gut, aber wir sollten die Dinge auch gut. Das ist die Frage der Kräfte. Das ist die Frage der Kräfte. Ich möchte das mal in die Präsenz. Vielen Dank. 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 Thank you. ... 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 Das ist die Immunokanistie und das Name ist Eliza. Sie sind in den 1.2.1. Supervised by 3. Consultant Pathologists. Das ist die Namen. Das ist die Stadt. 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 Wir haben hier drei Spezialisten. Und zwischen den neuen Faciliten haben wir eine State-of-art-Equipment. Wie gesagt, ich habe gesagt, dass die mögliche und bessere Instrumente in diesem Moment ist. All over the world. Wir haben die Equipment von einem oder zwei von den Manufaktur-Deksi. Rausch und BioRed. Das ist jetzt unsere System. Das ist eine der besten Realtime TCR. Ich weiß nicht, dass die Realtime TCR ist. Das heißt, dass wir die Fähigkeiten haben, die Hepatitis B.C.E. und M.D.B., Microbacterium Neuverglosis. Das heißt, es ist ein Khabas, C.311, Rudine Chemistry. Das heißt, es ist ein Khabas, C.411 und Special Chemistry. Das heißt, es ist ein Khabas, aber es ist ein Khabas. Das heißt, es ist ein Khabas, das ist ein Khabas, das ist ein Khabas. Das heißt, es ist ein Khabas. Das heißt, wir haben drei Instruments in Backup. Das heißt, wir haben drei Instruments in Backup. Wir haben drei Instruments in Backup. Ich bin mal Allah. Das sind die Ein Khabas, das ist ein Khabas. Das ist ein Khabas, der ein Khabas, C.1.1. Das ist ein Khabas, das ist ein Khabas. Das ist ein Khabas. Das ist ein Khabas. ejemplo this time is counted from the patient that comes to the lab and gets registered you know it starts from that very moment till the dispatch of the result in the hand of the patient Diese Zeit wird in der ganzen Welt präsidiert werden, dass es kaum zu kommen wird. Alhamdulillah, mit solchen Instrumenten, die sehr schnell sind, werden wir den PCR-Reporten in 24 Stunden machen können. The only center of ours which manages to provide reporting of Hepatitis B and Hepatitis C virus PCR in 24 hours. Please. Why test test manual? We can't do the test. There are a set of lipid profiles which are 5 tests. Liver profile which are 4 tests. The test will multiply. The doctor wrote that LFT will be 5 tests. The report is 3 and 4 tests. Lipid profile which is 5 tests. We have a long list of rates. We have a long list of rates. Obviously non-profit cases. We have a strong IT. Computer-generated reports. How do we get to equipment? How do we get to equipment? How do we get to equipment? I am fine. I am fine. Pabas C 311. Roche is a Western-based company. Medicine is not a good name. Roche is a great name. Roche is a great name. Fully automated routine commission. People call this instrument as a workhorse. 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 Workhorse is a workhorse. Workhorse is a workhorse. Every day is a week. Seven days a week. And 365 days of a year. He won't fail. That's why he has made it. He has made it. He has taken it. He has taken it. He has taken it. But he has taken it. Workhorse is a workhorse. Chemistry of the test. The other thing is a workhorse. The special chemistry. The special chemistry. The hardmonds are in. The test will be written. The test will be written. The routine will be written. Which will not be written. Which will not be written. This will be special tests. Micro lab is a self automated. The cell will be automated. The cell will be fully automated. The command and sample will be done. The command and sample will be made. I will tell you. Alhamdulillah, the load is like this. The Tiya said, We will see 80,000 thousand units of the world. Das ist ein Problem, dass wir die Zeit auf der Zeit gehen. CIS-MAX ist ein Instrument, die wir CBC machen können. In diesem Fall gibt es 12 Parameters, die wir tun. Aber ich möchte, dass wir alles sehen können, dass wir alle Qualifizierten Staff brauchen. Instrument can do error at any time, if unchecked. Das ist nicht so, dass er machte. Aber der Report ist richtig. Das ist das, dass er uns für uns, dass wir uns Menschen und Menschen bilden, und dann in den Gedanken. Die Computer kann nicht supersede unsere Dinge. Wir sehen uns, wir sehen uns, dass es richtig ist und wir glauben, dass es 100% ist, dass es 99% ist. Wir wissen, dass es 97% ist. Wir wissen, dass es 97% ist, aber wir wissen, dass es 97% ist. Wir wissen, dass es 97% ist. Wir wissen, dass es 98% ist. Wir wissen, dass es 99% ist. Wir wissen, dass es 99% ist. Wir wissen, dass wir uns alle Namen der Einladung haben. Ich habe diese Vision gegeben, dass es nicht nur eine Bedeutung ist, nicht nur eine Schlaasung, sondern auch ein Team. Ich habe viele NGOs gesehen in meinem Leben gesehen, aber ich habe ehrlich gesagt, dass jemand, die ich hier gesehen habe, der nicht gesehen hat. Mashaab'u! Das ist alles klar. Das ist alles klar. Das war die beiden. Das war die Backup. Die Barsch und die Barsch. Das war auch ein besonders. Wir haben das nicht gemacht, dass wir die alten, die uns noch mehr über die H zu verabschieden haben. Das kann man nicht. Believe me, wir haben die erste Instrument, aber ein paar vor zweitigen die das war für die Barsch. Die Barsch und die Barsch in die Barsch aber in unserem Hummern nicht mehr. Das ist nicht passiert. Das ist nicht passiert. Das ist nicht passiert. Schlecht uns die Einheit, der Barsch mit den Barsch und die Barschen ist, dass die Barsch nicht�reise, aber das ist keine Worte. Wir müssen ein Verhältnis von diesem System. Wir müssen ein Verhältnis vom tayen abl刚. Als wir das für diese Schauspieler jetzt kapiert haben, haben wir einen eigenen Weg gemacht, wie gesagt. Ich bin nicht diese Hälfte geliefert, sogar habe ich das Gefühl gefreundet, weil ich das angeht und bitter war. Das ist eine große Herausforderung, sondern ein sehr vieles zu sagen. Das ist ein Teil der ersten Röportion. Wir haben das ein Teil der Röportion. Das ist nicht mehr oder die Sache, dass wir das nicht mehr haben. Das ist eine ganze Zeit im Bereich der Röportion. Das ist eine Qualität für Menschen. Wir haben das noch das Kultad. Das wird nicht mehr. Aber in einem Jahr eine Einzangehörter mit einem Sender Röportion. Wir sehen uns in diesem Fall, dass wir noch einen Moment haben. Chief Consultant Pathologist 1, Consultant Pathologist 1, Consultant Molecular Biologist 1. Die drei sind Pathologist Consultant. Assistant Lab Manager 1, Laboratory Technologist 4, Technicians 2, sind mir von Plubot하는데 scht. Ich habe nicht auf die Welt gesehen. Es kommt mit einer Mission mit 3 Filbotten. Ist es l versucht, das mit dem Blutит zieht. Sedell ist die Blut. Sie schtet die Blutre 꿈, sich um die Blut werden. So komme die Blut. Die Blutre – die Blutre – diese BlutreMin vorliegen. Das kann nicht jeder, nicht wahrnir chose. Das kann niemals passieren. Ich sage Ihnen das das Yup, das ist ein Hund. Aber ich sage Ihnen ein Hund, Die Mauten Team wurde ausgedrückt. Die Schleuze der Barcode wurde eingeladen. Die Medis below ist eine Registration. Eine Registration. Die des Registration des Computer bekam sich, die die Barcode verraten. Es gibt so viele Schlips. Die Schleuze der Schleuze benutzen. Die Schleuze sind ein Schlips, 25-25, 2 oder 3, dann solltet ihr das zum Beispiel auf der Analyse. West, was der Stil ist, das ist das in die Schleuze. Jetzt ist der Grund in welchen Maschinen, und die Maschinen-Siehler-Siehler-Siehler-Siehler-Siehler, und das ist der Grund, der Nr. Der Siehler-Siehler-Siehler-Siehler-Siehler, und der Grund, der Nr. Erste, der Nr. 9% Error ist, weil sie nicht mehr so gut sind. Sieh die Sample und den Paragieren, oder die Samplein, sieh sein, und er kann so gut sein. Aber das ist so gut. Sieh von hier und hier. Sieh das ganze Motoren. Das ist die Panoramilie. Das ist meine Arbeit. Das ist meine Arbeit. Das ist die Real Photographie. Sie sehen, die die Kountern sind wie möglich. Das sind die Samples. Das sind die Radweil. Das sind die Wightweil. Das ist die Maschine. Das ist die Maschine. Das ist die Einstrumente. Sie sehen, bitte. Das ist die Panoramilie. Das sind die Mordgarten. Hier ist die Arbeit. Die Luftwotomy Staff. In der Philippotomy Room. Hier nur drei Couden haben. Die Draugung of the blood. Das ist eine Maschine. Das ist eine Maschine. Das ist eine große Strecke. Die Strecke werden mit der Strecke aus dem Sieg zu kommen. Das ist eine große Strecke. Und das ist alles von der Bintrein. Hier kommt es vielleicht nicht mehr an. Ich werde schon mal ein paar Leberer sehen. Ein solches System, wo man sich mit einem Kabel zu halten. Das ist eine Zone-Ball-Reiter. Vielen Dank, Herr Herr. Danke, Herr Herr. Und hier von der anderen Seite. Das ist eine Fliep Art. Dann ist es dann wieder auf der nächsten Stelle. Sample Processing Sample Processing Technischen Centrifuge Technischen 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 It's just a few The name On Instrument ICT Amenial Prometrographic Techniques Screaning When you use this Sample The sample Second Sample Das bedeutet, in 4-5% schon mehr. Dieses Hunde geben die rearrangement. Das heißt, das sind die Maschinen. Das ist eine Maschinen. Die Maschinen machen wir nicht. Das ist eine Maschinen. Es ist ein junger Bild. Also 6% vorhöfung. Das ist die Technologie-C311, die Technologie-C311 ist die Technologie-C311. Die Leute haben die Rorschung aufgenommen. Die Rorschung ist der zweite. Das ist eine große große Anführung. Für eine große Anführung. Das ist eine weitere Anführung. Das ist die neue Anführung. Das ist die Auflage des BIOs. Für mehr Reliability. Für mehr accuracy. Für mehr Anführung. Die Anführung von B und C, die Behandlung von Minimal Cost. Das ist ein Wettbewerb für alle Emitationen. Die Minimum Cost wird ein Servis-Provide. Die Reaktion wird ein Biorad. Hier ist die Latest. In unserer Kabinette. Hier ist die PCR. Wir werden ein paar Zeit mehr. Die Reaktion wird ein Biorad. Nach der Reaktion wird ein Biorad. Die Reaktion wird ein Wird ein Fertiger. Die Reaktion wird ein Biorad. Die Reaktion wird ein Punkt gefordert. Die Selle, Virus, oder die Tickung. Das kann man etwas auch nicht mehr geben. Die PANN-DNA ist, die Tickung von RNA-DNA und Virus. Das kann man auch in der Welt ein Tickung. Die Tickung von RNA-DNA ist, die Tickung von RNA-DNA. Und die Tickung von RNA-DNA ist, die Tickung von RNA-DNA. Das kann man nicht mehr wissen. Das ist viel höher als die vorherigen Version des PCR-Versionals. Das ist die Tickung von conventional PCR. Das ist die Tickung von conventional. Das ist die ganze Zeit. Was ist der Unterschiede? Das ist die Zeit mit der Zeit. Daher ist die Zeit. Heute kommt der Zeit. Und dann kommt der Zeit. Das ist die Zeit. Es ist die Zeit mit den Türen-System. Es ist ein Branded-System. Das ist die Zeit. Sie nehmen die Zeit. Sie nehmen sie mit dem Unternehmen. Sie haben sich beim Haus. Sie nehmen die Zeit. Sie nehmen die Zeit. also küsimper time 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 job time two re li quantitization we Das ist nicht conventional. Wenn es nicht war, dann kann es die Quantitation majorieren. Es gibt so viele Millionen copies von R&A. Es gibt so viele Millionen copies von DNA. Die Treatment dependiert. Das ist nicht von der Dorma. Das ist nicht von conventional. Die Menschen in unserer Stadt machen, die mit der Conventional machen. Nicht zu name jemanden. Das ist mein Ziel. Ich weiß nicht mehr als jemand. Sie machen. Es ist ein Teil der Quantitation. So der Quantitation ist es nicht mehr Zeit. Also kann man sagen, dass nicht mehr Zeit ist. Das Ton ist nur Qualitätskamp Okier. So wenn man in der Zeit kommt, das was für die Qualität. Das ist es das Wirkung. Und wenn man für die Qualität. Wenn Sie die Qualität, dann möchte ich mich mit dem Schrauben. Wenn Sie die Qualität. Diesen Qualität nicht. Das ist das Qualitative Detection. Ich sage, dass es nicht ist. Ich sage, dass es nicht so ist. Es ist oder nicht, wenn es ein Problem ist, wenn es nicht so ist, ist es oder nicht. Das ist das Qualität. Aber wenn es Quantitation kommt, dann die Nummer von 20. Die 10,000 Euro-Sprachen kommt. Das ist die Negative. Die Meree ist schuld. Wenn man die 10,000 Euro-Sprachen hat, dann kann man die 10,000 Euro-Sprachen. Die Meree ist eine 30,000 Euro-Sprachen. So this was the simple message, a home message, a herchieze ki awareness. Also this door has millions of dollars, cyber agents. So your real time is the real PCR. And what is this? When PCR is 14, it's a molecule. One molecule has millions of molecules. The millions of molecules, when it's 1-2, it's about 1-2. This is the real test. But, this is the real test. If I give a example, it doesn't matter. Molecules are more likely to get the virus. If you have 2 molecules, it's on. It's on. It's on. It's on. It's on the test. 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 So, sorry, I'm taking the test. Please. This is a really important point. You have to ask the real time. Tell me, I didn't say we're doing it. It's not the same. Excuse me. This is a very important point for you. эту transformation. You should ask. As we've said, you know that, some people can't shape it. Or ask. I need to ask. Do the same thing. So ask. You don't ask. I'm gonna ask. Then them take the plate. And then ask. I ask. Wenn ihr PCR in real-time ist, dann bitte nicht. Bitte. 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 Qualitative, Quantitative and Genotyping. Bitte. 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 Next. So, mine whine off you will bring you with your mathematical model. Attractively. All your Chair ... Well, your Chair ... This is my Sir ... I'll give you my Россию right here. Mr. Shaddaar ... Cabele-e-bhrosar-tashqueeers ... Are you still good? Excellent. Thank you very much. So good. Vielen Dank.